Das reicht ja, wenn das hier nur vorsteht. Das muss ja nicht komplett zum Haus oben funktioniert werden hier. Das muss ja keine komplette Wand werden hier. Das reicht ja nur, wenn das hier so ein kleiner Überstand ist. Da ist noch einer. Oder ist das der? Da passt es aber da hinten wieder nicht. Ach Gottchen, ach Kinnas, ey. Was ist denn hier los? Also ist das hier die eigentliche Wand? Es ist aber ganz schön schmal wieder. Schamahal ist das. Hier bekommt man auch nichts geschenkt. Alles gemein. Ich mag doch geschenkte Sachen. So. Machen wir das so. Machen hier wieder die Dinger in der Mitte. So. Ich hoffe mal, das geht. So. Das sieht nett aus, ne? Hier. Tja, die Frage, der, der Frage ist, wie das hier weitergeht. Hep, hep. Ähm, hep. Ha. Mache ich sowas abgefahren, dass wieder, dass das halt nach hinten weitergeht? Mache ich das da? Eigentlich nicht, ne? Das sieht, glaube ich, zu seltsam aus. Ich kann ja mal von... Genau, das war die richtige Stelle. Von unten gucken hier. Ich meine, von innen ist es echt hübsch jetzt hier. Kann man da reinlatschen? Dann hat man hier so ein gewisses Haus. Da wird es dann auch noch so hoch. Es ist, glaube ich, nicht verkehrt. Auch hier mit den Holzbalken. Das sieht man auch ganz gut hier. Es ist ganz hübsch. Ähm, von unten wird es dann halt interessant werden, dass es rechts sieht okay aus. Ist das links? Na gut, von der Größe her wäre es ziemlich das Gleiche. Es wäre dann ziemlich symmetrisch, nur dass es halt hier noch weiter vorgesetzt würde. Ich glaube, es sähe sehr seltsam aus, wenn es plötzlich... Oh, hier war kein Weg. Aua. Wenn es plötzlich nicht mehr symmetrisch wäre an der Stelle. Also, wenn ein Giebel an sich nicht symmetrisch wäre. Das wäre, glaube ich, sehr seltsam aus. Hallo, Wuffmann. Hi. Zack, ich kann nur Nacht schlafen. Es ist doch fast Nacht. Da, ja. Nacht. Ui, ui, ui. Ich schlafe mal im anderen Bett. Also, auf der anderen Seite des Bettes hier. Ha. So. Ähm, was muss ich mitnehmen? Nach oben. Ich brauche wahrscheinlich... Ha, pfff. Was brauche ich denn? Ha. Ha. Ich wollte eigentlich gucken, wie es hier unten aussieht. Ich brauche eigentlich überhaupt nichts. Ich dachte mir, wenn ich schon mal denn hier bin, dann kann ich wenigstens noch ein bisschen was mitnehmen. Mama ist ja nie. Schwupps und schwupps. Hier vorne muss das alles nochmal ein wenig ausgearbeitet werden. Denn hier dieser Bereich kann man noch ein bisschen was hinpflanzen. Das sieht doch eigentlich ganz okay aus, ne? Wenn man das da oben so hat. kann man vielleicht die Steine, die man hier hat, auch noch da ein wenig fortführen, das Ganze. Oder man ersetzt halt hier die nochmal, ähm, also die anderen hier gegen die anderen da, das ein bisschen einheitlicher aussieht. Aber das finde ich ansonsten ganz nett, wenn man das so sich mal anschauen mag. Also wenn man denn mal hochguckt, ähm, wäre es glaube ich echt am sinnvollsten, auf dieser Seite etwas ähnliches zu machen wie hier oder was genauso gleiches zu machen. Und, ähm, dahinter dann noch einen weiteren Bereich fortzuführen. Dass man das vielleicht hier vorne echt nicht so wirklich groß macht. Aber wobei, na, hm, ist die Schwierigkeit, wie man das macht. Ich glaube, ich probiere einfach mal, das hier hinten ein bisschen noch höher zu ziehen, das Haus. Und zu gucken, ich weiß nicht, ob das wirklich klappt. Deswegen, ich bin gespannt. Ist auf jeden Fall auch sehr nett mit dem, mit der Wolle da, denke ich mal. Es sieht ein wenig anders aus. Man kann es natürlich auch aus Steinen machen hier. Es sieht von unten jetzt auf jeden Fall deutlich belebter aus, als es vorher mal war. Wenn man das alles sich oben mal betrachtet. Auch wenn man hier den Weg entlang geschlawinert kommt. Selbst da ist ein wenig mehr der Eindruck, dass hier, ähm, ein bisschen Leben oben auf dem Dach ist. Ja, wenn man hier lang lacht, das ist das Erste, was man sieht hier. Es verschwindet nicht hinter dem Baum da. Es, äh, ist auch dichter dann als die Ruine da. Es ist schon ziemlich nett, glaube ich. Es fehlt halt noch so ein bisschen Pepp hier und da. Man kann auch noch ein, zwei Bäume da unten hinpacken. Und hier zum Beispiel dann noch einen Baum hin. Dann sieht die Ecke hier auch nicht ganz so kahl aus. Aber vom Prinzip her, also sieht im Moment ein bisschen aus, als wäre quasi diese Aufbau auf eine alte Burg aufgebaut worden. Dass da so eine Art Grundsteingerüst war und der Rest dann da oben drauf gezimmert wurde. Finde ich ganz nett. Kann man machen. Hundertprozentig zufrieden bin ich noch nicht. Aber ich denke mal, für den Moment wird es erstmal gehen. Man kann es ein bisschen fortsetzen. Ich werde auch nochmal eben schnell, in Anführungsstrichen, das Dach von vorne zumindest so hinklöppeln, wie ich das denn meine. Und ich bräuchte... Ne, Wolle habe ich genug. Da geht es immer noch nicht lang. Ich hoffe mal, dass das alles dann doch irgendwie zu einem guten Weg findet. Zu einem guten Ende findet hier vor allem. Weil der beste Weg bringt nichts, wenn das Ende halt blöd ist. Wie mache ich das hier genau? Ich gehe jetzt mal hoch. Wahrscheinlich hilft es, hochzugehen. Ich habe gehört, es hilft beim in den ersten Stock gehen, wenn man nach oben geht. Seid man ist im zweiten Stock, dann hilft nach unten gehen. Das sind Erfahrungen, die ich persönlich gesammelt habe, die ich euch gerne kostenlos hier zur Verfügung stellen möchte. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. So, ich habe keine Erde dabei. Habe ich tatsächlich nicht. Das ist blöd. Meine schöne Bauerde. Gerüsterde, wie man so auch fachmännisch sagt. Dann mache ich das halt anders. So, zack. Und hier ein wenig so hin. Wahrscheinlich lege ich mich gleich dermaßen auf die Fresse hier. Dass ich da aber komplett runter segle. Also ich segle noch viel weiter bis zu der Erntemaschine dahin. Weil ich mich sowas von auf die Nase gelegt habe. So. Das geht hier. Boah, kann man so machen. Kann man auch einen nach hinten ziehen dann. Wäre vielleicht auch ganz cool. Hier dann dran vorbei. Das geht alles hier. Zack. Und, ähm, dann von hier aus weiter bauen. Es wäre wahrscheinlich sogar sinnvoll, das mit Holz zu machen, oder? Dass man hier das wieder eingewaist hat. Genau, da ist die Wolle. Äh, so zum Beispiel hier. Wobei, wie habe ich das auf der anderen Seite jetzt? Da habe ich zwei Stück. Warum habe ich jetzt hier nur eins? Ich dachte, das Gebäude wäre genauso breit. Ja, das sieht seltsam aus. Hier muss auch irgendein Panorama-Dings rein. Oder halt zwei Stück rein. Dann wird es, glaube ich, besser. Durch Panorama-Fenster wird alles besser. Äh, selbst ein dunkler Keller. So, das sieht zumindest geschummelt etwas größer aus. Ich meine, das Zeugs hier steht schon über. Von daher, es ist sowieso nicht so riesig groß. Also es wäre noch kleiner gewesen als vorher. Aber das ganze Haus ist ein verrückt worden hier. Ein, im Gegensatz zu dem, zu dem Boden hier, den man da drunter hat. Es ist eigentlich anders gewesen. Guck mal, hier, ich habe noch eine Idee, was man machen könnte. Das Zeug hier kommt mal weg. Das soll ich mal schämen hier, dass es überhaupt hier gewesen ist. So, und dann macht man das von hier. So, so, so. Und dann wird man hier vorne nicht hier runterspringelt. Macht man das so. Von unten sieht es ziemlich leicht aus mit diesen Penöpeln da, mit diesen Zinnen hier. Und wie auch immer die Dinge heißen. Und von oben fällt man halt nicht runter. Ja, es ist nur eine kleine Änderung hier. Ist auch gut. Das finde ich super. Genau, würde ich hier vorne auch direkt mit Holz weiter fortlegen. Es wäre eine Möglichkeit, dass man das nicht aus Holz macht, sondern hier komplett die Außenwand aus Stein. Aber ich glaube, ein bisschen was wagen können wir dann auch mal. Dass das hier noch aus Stein ist. Ja, weil es gerade so schön ist. Weil es gerade vorhanden ist vor allem. Aber der Rest dann außenrum. Der wird dann gewollt. Das alles andere ist ungewollt. Das ist, äh, äh, ja. War halt einfach da. So. Äh, ist das sinnvoll? Ich glaube, ich nehme schon zu lange auf, um dessen Sinnhaftigkeit jetzt, äh, zu beurteilen. So, ich gucke nochmal eben ganz kurz nach, ob es hier noch ein spannendes Thema ist. Kreuzung aus Zitronen und Limetten sind Litronen oder Zimetten. Tja, haben wir das auch. Brotvielfalt in unserem Land, äh, finde ich gut. Ist lecker. Es gibt vieles Brot, was man sich auswählen kann. Es gibt vor allem in Deutschland, äh, äh, schöneres Brot als sonst wo, habe ich so den Eindruck. Zumindest, was ich so gehört habe. Dass Leute, die im Ausland wohnen, das Brot hier vermissen. Weil das alles überall anders nur so aufgeschäumtes, äh, Bauschaum ist. Äh, blabla. Schleichwerbung sag ich mal nix zu. Ich glaube, da haben, da wurde schon viel gesagt auf YouTube. Schleichwerbung ist natürlich blöd. Wenn Werbung gemacht wird, wenn Product Placement gemacht wird, wenn irgendwo eine Marke ins Bild gehalten wird, dann muss es auch gekennzeichnet werden. Äh, Sonnenbrand? Nö. Gibt's noch nicht. Geheimnis des Zuckererbsen? Keine Ahnung. Puh, keine Ahnung. Äh. Äh. Go-Simulator ist mir ziemlich schnuppe. So. Quantenmechanik kann ich auch nicht mit anbieten. Ich baue mal lieber weiter hier. Das ist nur, irgendwelches Rumgeräte zu hören, ist auch nicht so der Knaller. Wobei, ich gucke mal hier. So ist es jetzt aktuell hier. So, 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 so. Ähm. Go-Simulator, ja. Puh, interessiert mich nicht. Warum? Also im Prinzip, äh, falls euch von euch jemand das nicht gesehen hat, oder nicht mitbekommen hat, es gibt, äh, es gibt, äh, es gibt überall so irgendwelche Simulatoren, es gibt ziemlich viele dämliche Spiele auf der Welt, die eigentlich nur diesen Grund haben, nur die Berechtigung haben dazu, entweder, äh, dass der Hersteller das nicht besser wusste, deswegen ist das Spiel dämlich, ähm, oder es gibt ein Publikum, was komische Spiele mag, ähm, aber, äh, vor allem, es gibt ein Publikum für Spiele, die einfach, die einfach durch irgendwelche Faktoren dämlich sind, wie zum Beispiel, Octodad ist durch die Form dämlich, dass, ähm, man halt eine dämliche Steuerung hat, also, dass die Steuerung selber die Herausforderung des ganzen Spiels ist, sowas zum Beispiel, und dann gibt es irgendwelche Spiele, wo man möglichst stilvoll irgendein Männchen durch eine Autoscheibe sprengen muss, damit es irgendwie sinnvoll stirbt, oder sinnlos, möglichst sinnlos stirbt, und man dafür für möglichst viele Punkte bekommt, tja, und ähnlich, äh, verhält es sich auch mit dem Goat Simulator, oder Simulator, der einfach darauf aufbaut, dass, dass man, man spielt eine Ziege, und im Prinzip, das, was der Trailer zumindest gezeigt hat, es geht darum, wie man sinnvoll, irgendwie diese Ziege verunstalten kann, wie die sterben kann, wie die irgendwelchen Unsinn bauen kann, einfach. Genau das Gleiche mit Happy Wheels, das ist auch einfach dieses, ja, dieser, die, die, diese Unmenge Dämlichkeit, die man damit anstellen kann, das sind eigentlich die Erfolge, die das dann, ähm, die dann, also das sind die Sachen, die dann erfolgreich werden, Sachen, die einfach so bescheuert sind, dass es, dass man das nicht ernst nehmen kann, einfach nur dämlich ist. Und irgendwie haben viele Leute daran Spaß, wenn Sachen möglichst brutal durch die Gegend fliegen. Ich bin da nicht so der Fan von. Ich mag es, wenn Körperteile an ihrem Besitzer bleiben, ähm, was nicht heißt, dass ich es, äh, schlimm finde, wenn in, 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 in Videospielen irgendwie mal ein Arm durch die Gegend fliegt, das finde ich nicht weiter schlimm, aber irgendwie übertriebene Gewalt, diese übertriebene Gewalt von, von Happy Wheels, die dann, äh, gerne mal in den, also in den erfolgreichen Videos sind, das, ich, nö, finde ich, mag ich überhaupt nicht. Und ich habe keine Ahnung, wie ich die Fenster gerade hier machen möchte, wahrscheinlich gar nicht so viele. So. Heute wird ein fensterloses Haus hier. Fertig. So lebt es sich am schönsten hier. Und zum Go-Simulator glaube ich doch sehr, dass es da bei Erscheinen eine überdimensionale Flut an Videos zu geben wird. Auch halt, weil es einfach so auch mal wieder ein Hype-Spiel sein wird, was irgendwie eine Woche lang hält und dann ist gut. Also es ist schön. Dann hat das Spiel seine Zeit vorüber und dann ist gut. Meinetwegen hält es auch zwei Wochen lang, aber dann wird es irgendwann langweilig, weil es dann schon eine Million Videos dazu gibt. Ich möchte hier noch irgendeinen Ausbau drin haben, irgendwas, was hier rüber, aua, rüber steht, weil mir die Wand hier zu langweilig ist. Das ist eine komplett gerade Wand. Das ist mir noch nie passiert bei irgendwelchen Gebäuden hier. Eigentlich jede Wand hat bisher ihre Ausbuchtungen und Stellen, die anders sind als die anderen Wände. Machen wir es so und so. Das ist falsch. Machen wir es anders, nämlich richtig. So. Vielleicht sogar hätte ich das Ganze einen rüberziehen. Boah, hätte ich machen können. So. Das reicht. Dann kann ich hier oben auf diesen drei beziehungsweise fünf Plätzen da was machen. Ich hau mich schnell mal in die Kissen rein hier und verkiße mich dann auch bald mal in eine neue Aufnahme, weil die alte ist ein wenig abgenutzt gerade. Die ist gerade ein bisschen ausgeleitet. Ich bin hier ein bisschen zu oft drauf rumgetreten auf der Aufnahme. Ja, ist das Gummiband im Bund schon ein wenig gelockert, sag ich mal. So. Beleuchtet werden muss das ganze Haus auch noch. Und wie gesagt, das Dach hier, das ist eher Kunst als schön. Der Innenteil hier gefällt mir sehr gut und der Holzteil da hinten aber hier so, das ist alles ja, ne? Ist halt, es ist ja wie es ist. Aua. Aua. Gut, durchs Fenster jetzt hier durchzugucken ist auch dämlich. Hi. Na? So. Machen wir es so. Die Frage ist jetzt, wo ist jetzt eigentlich das Zeug? Wo sind die Dinger jetzt hier? Wahrscheinlich noch weiter zu... Ja, okay, das geht schon. Was ist denn das denn alles hier? Die Frage ist eben, wie weit ziehe ich das eigentlich raus? Das kann auch weg. Ob es hier nur auf diesen Stelzen, also in Anführungsstrichen nur auf diesen Stelzen da steht oder ob das der einen zur Seite dann noch überhängt. Ich glaube, es sieht ein wenig seltsam aus. Wobei, ist es symmetrisch? Habe ich das symmetrisch geschafft? Uiuiui, ist der Knaller abgefahren. Wie habe ich denn das gemacht? Hier so. hm. Wenn wir nach vorne stehen ist gar nicht schlecht. Problem ist, ich komme da jetzt nicht hin, außer ich mache das natürlich so. 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 Fupp. Schön. Schöne Sache. Äh, gefällt mir gut. Fupp. Oh. Well. Ja, doch, wenn man das da ein bisschen drauf aufbaut, ich glaube, das kann sehr hübsch werden, sehr schick, sehr schnieke, sehr schnaffte, sehr knuff, äh, äh, dufte, sehr knorke. Äh, boah, ich mache das einfach mal hier mit den, mit den Holz, äh, mit den, das ist Holz, liebe Kinder, das ist Holz. Falls jemand in den Wald geht, dann merkt euch, das sind Bäume, die geben Holz. So. Mache ich das mal vielleicht sogar so hier. Also das wäre ja mal wirklich abgefahren. Es ist echt mal was anderes. Es sieht höchst dämlich aus, aber auch, es hat auch, oh, ne, es hat einen gewissen Charme. Es sieht jetzt irgendwie, wie irgendein Tempel aus hier, als ob das irgendein Gesicht wäre, wie man sonst auch, außer aus irgendwelchen, hier, ne, wie heißt sie? Ähm, die Typen da, die uns die Welt untergehen lassen wollten. Äh, Maya, Kalender, sowas hier, ne, die Tempel, die Maya Tempel, so sieht es ein bisschen aus, was man auch bei Tomb Raider da im Dschungel gehabt hat. So sieht es ein bisschen aus, äh, aber auch nur sehr, sehr wenig. Also eigentlich gar nicht, aber ich wollte es nur mal so gesagt haben. Die Seite gefällt mir noch 0,0, aber warum nicht? Auch mal so, ich bedanke mich fürs Zuschauen, echt mal hier, mal wieder, und ich hoffe, dieses ganze Gebilde wird etwas, alles nur, weil hier ein Baum im Weg stand. Deswegen wird es so abgefahren und seltsam. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.